Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Gut, ich bin wieder leergeräumt einigermaßen. Ich habe auch die Bücher jetzt mal oben in so einer Kiste gelassen. Die Schlüsselsteine nehme ich mal alle mit. Die sind jetzt zwar alle hier bei dem im Inventar drin, aber, äh, ja. Von daher, du hast die Beißenbolzen auch noch ausgerüstet. So, trotzdem bitte wieder aufs Schwert. Oh. Da gab's Feuer. Mhm. Können wir das irgendwie ausschalten? Ich hole mir mal zumindest schon mal den Loot. Hm, dann... Ah, gut, noch mehr Gewitterbolzen. Sehr schön. Das Öl können wir dann auch irgendwie wegpacken. Hm. Gut. Dann bitte einmal nachschauen. Achso, du kannst auch immer auf die Plus-2-Pfeile gehen. Okay. Ah, Mist. Ah, komm, dann haut ihr gerade die Heiltrinke rein. Okay. Dann, wie gesagt, nutzen wir es gerade mal noch aus, dass wir ein bisschen Zeit haben. Hm. Wieder einige Plus-1-Pfeile, aber hey. Fast schon. Hm. Hier auf jeden Fall ein Weg. Ich glaube, da sollten wir wirklich einzeln durchgehen. Ja, was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Stimmt, du kannst nichts aufnehmen. So, aber gut, dann hätten wir Nummer 1. Mhm. Du bist ein bisschen langsam. Aber es reicht gerade so. Gut. Gut. Na gut, der ist zu weit weg. Kann ich euch behelfen? Man kann es ja mal versuchen. Der Nächste, bitte. Ja, das passt aber. Ihr seid einzeln durchschicken. Wohl, nee, nicht bitte alle drauf angreifen, sondern nur ihr. Oh, Raku sogar. Ja. 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 Ich bin nicht mehr. Ihr zeigt, wohin ich schlagen soll. Okay. Ich kümmere es nicht. Wieso hast du eigentlich schon wieder Schaden gericht? Du bist wieder nicht vorgelaufen. Nee, Quatsch. Du bist nicht komplett geheilt worden. Das war's. so gut wie erledigt dann auf so dann haben wir es hier sehr schön gut gespeichert wäre das dann auch soweit achso genau wir wollten hier nochmal eine Runde identifizieren wo war es der E-Fall gepackt lohnt sich aber glaube ich noch nicht hier großartig zu warten dann darfst du dich mal nach Fallen umschauen während wir schon mal ein bisschen vorgehen schauen wir vielleicht hier mal um irgendwas tolles da scheint nicht der Fall zu sein aber hier das ist aber auch nichts interessantes wie mir scheint außer dieser Falle okay da hast du halt ein bisschen zu langsam entdeckt nicht zu weit vorgeprescht kaum gibt mir die Falle danke na gut ist okay bisschen weiter weg dann hier nochmal nachschauen das geht deutlich schneller sehr schön okay 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 der nächste cool hier nehmen wir mal mit würde ich sagen guck mal mit Vereinten Kräften geht das doch deutlich besser ähm dass du wieder vorgehst und fallen suchst meine Liebe eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr w-w-willkommen mhm okay der nächste cool und eine Falle aber da kümmern wir uns später und drum jetzt könnt ihr glaube ich auch schon mal nachrücken ne so das bitte mal weg tun ah ist hier außen noch irgendwas nö ne sehr gut ah war jemand festgesetzt gut das hatten wir jetzt entschärft was ist denn da drin mhm so viele Leichen wieder rumliegen ja was wollt ihr bin euch weit voraus Chef trau ich der Sache noch nicht mal oh ein Heiltrank auch eine Axt aber wie gesagt du kannst ja gar nichts mehr aufnehmen wer will noch mal ich bin voll gewaffnet und kampfenbereit so ihr kann sich dann Döner hier schnappen ihr habt gerufen wieder fallen mhm gut haben wir nichts mit anfangen dann weg und du kannst hier die Sachen aber noch schnell identifizieren bitte das für einer okay aber das ist im Sonnreihen dran weil ich die nicht strappeln konnte interessant okay da müsste ich ein paar Bala's Axt mhm ein Magier schlechter nicht schlecht aber ich glaube ich habe halt sonst keine mit Magiebahn cool aber ja wie gesagt das wäre uh ja deutlich weniger Schaden allerdings von daher ist mir das so dann doch lieber äh dann hatten wir alles oder gut mich kümmert's nicht denn ich verschwinde jetzt dann darfst du mal weiter suchen keine fallen aber gute einige so wollte gerade sagen du stehst hier wieder sehr ungünstig ja die höheren guhle sind echt nicht ohne das wäre wenn ihr nicht alle immer so festgesetzt werdet ja gut dann ist du tot dann lassen wir das gerade ja was wollt ihr eure Dienerin steht zu euren Liste steht ganz oben auf meiner Liste gut aber ich glaube da hatten wir ja eh keine fallen in der Ecke dann gehen wir da ist ein bisschen gebündelter drauf und auf einmal geht das ja wenn man halt vorne keine rumstehen hat die nix aushalten gut sehr schön warten wir noch bis euer Dings weg ist sparen wir natürlich auch das Rasten noch sieht hier nicht so schlimm aus im Moment aber du kannst in der Zeit ja schon mal wieder weiter zum Erkunden hier war ja glaube ich noch was ne ja okay da ist die Falle so meins Nummer zwei okay fies aber du verziehst dich auch direkt wieder okay ja was wollt ihr was wollt ihr ja du suchst das sehe ich noch die anderen steht zu euren diensten ähm bitte einmal schnell heilen nein quatsch darauf bitte okay du machst schon ordentlich schaden aber jetzt müssen wir tatsächlich mal noch eine Runde rasten ja nimm du mal das schmuckzeug mit gut und damit werden alle wieder fit und wieder äh zaubermäßig dabei gut schauen wir weiter da scheint noch mehr oder weniger zu zu sein zumindest mal vorerst ach du bist auch wieder sonnen genau geht irgendwo in der nähe spawn dass wir euch umlegen können ätzendes fiech es geht mir halt immer auf meine charaktere die nichts aushalten und wenig lebens wir haben wir haben es oder ja es scheint durch zu sein gut die Falle hatten wir ja auch okay gut dann haben wir glaube ich gefühlt ja ja alles mit knapp dann dann einmal hier bitte sammeln netterweise geht die tür auf äh ich sollte wegen fallen schauen ja denn ich verschwinde jetzt okay hier ist schon mal nix wie sieht es hier aus auch nicht aber es gibt wieder leichen das heißt das heißt noch feuerfeiler haben wir jetzt auch bis zum abwinken das ist gut rum bitte allerdings nicht gut für das inventarmanagement mich kümmert's nicht das biose laut hinter jeder ecke da war es ne aber gut einmal zurückziehen einmal umhauen bitte ist hier schon wieder auf die schwachen charaktere du bist ja ein komischer Chaos denn ich verschwinde jetzt so die mal weg bitte die Falle noch noch eine erstaunlich stell die Viecher so wie sieht es denn aus was was wollt ihr ich hab genug davon gute statuen und so hm okay 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 ähm ich glaube bevor ich da reingehe schaue ich mich erstmal hier noch ein bisschen um eine offene wunde im antlitz von mutter erde wenn ich könnte würde ich sie stopfen was geht hier ab ah warte mal da kommen wahrscheinlich warte mal wenn wir hier zurückgehen ja okay das ist dieser raum dann können wir den mal von der seite mal sicher gehen oh au fies na gut wir ziehen dich mal raus was habt ihr du hast es doch gewollt okay und noch mehr Feuerpfeile das lobe ich mir doch was was immer ihr braucht so ja was wollt ihr sehr gut ja bin euch weit voraus Chef mich kümmert's nicht so dann schauen wir nochmal weiter ich hab genug davon so weit sind wir ja noch nicht reingekommen hier ah hier jede Menge Sachen aber halt auch jede Menge äh Skelette so bitte einmal alle zurückziehen und dann bauen wir die das sollte ja passen jawoll sehr schön so du hast genau du hast ja noch Platz dann aufnehmen und alles schön identifizieren ah oh dann haben wir da noch ein paar so so jetzt geht das ja ähm ich glaube ich gehe doch wieder auf die Feuerpfeile da haben wir jetzt so viele von gut ja und ja und Eisfail halt auch bis zum Abwinken so lobe ich mir das speichern wir nochmal kurz ähm du gehst nochmal eine Runde vor da haben wir noch ein Skelett so oder ist noch eins ja dann doch wieder zurück ja ich glaube wir rasten danach ist ja auch wieder dringend nötig was habt ihr dieses ja ich kümmere mich gleich drum aber du musst erst noch eine Runde hoher laufen und eine Runde identifizieren zack sonst noch was ne gut jetzt glaube ich die plus eins bolzen warte die Kugeln wieder nachfüllen ihr seid alle zu weit entfernt ja okay gut ihr seid wirklich weit entfernt in Ordnung dann wird einmal leider nicht erfolgreich gleich gerastet aber es soll nicht sein gut dann kannst du jetzt mal schon mal die Pfeile abgeben ne gott das waren ja die Bolzen hier ist die Pfeile ich glaube ich muss in einen anderen Raum gehen das funktioniert nämlich so leider nicht na gut aber schon die Kugeln haben ja auch alles liegen lassen achte grad wieso bist du denn also ich hab wahrscheinlich ah ich hab alle also die komplette Gruppe ausgewählt dann macht das Sinn okay ja dann warten wir grad noch bis du wieder frei bist bis ihr beide wieder frei seid schnapp du mir äh mal grad das Zeug die Pfeile plus eins brauche ich mittlerweile auch nicht mehr ja was wollt ihr ja ich kümmere mich wir gehen zurück in den Garten können wir da dann mal hoffentlich erfolgreich rasten ohne dass wir gestört werden irgendwas scheint da noch irgendwo zu buffen ach ne das ist die Feuerfalle jetzt wird er die bei höheren okay gut 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 nö ist nicht jetzt ist immerhin keiner und noch so ein Engelshaut drin gut erwischt worden na endlich so hat ja lang genug gedauert gut dann können wir auch hier die Folge beenden und dann schauen wir in der nächsten Folge einfach mal was hier noch so auf uns wartet ähm ich bin damit fürs Zuschauen hoffe ihr hattet Spaß seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao 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 dann Amen.